Hallo und herzlich willkommen bei Scootertouren. Mein Name ist Günther Bimme und wie immer zeige ich dir alles, was du zum Thema Reisen mit dem Motorroller wissen möchtest. Heute gibt es ein paar Bilder aus dem Bayerischen Wald. Wir sind unterwegs und stoppen an zwei Höhepunkten. Das eine ist die Wallfahrtskirche am Bogenberg. Hochblick über die nach steil nach unten abfallende Donauebene und da kann man genau sehen, die Kante unten ist das reiche Niederbayern mit den Gäuböden und den reichen Bauern und rechts oben. Tja, der arme Bayerische Wald steigt an. Es wird immer höher, es ist immer waldiger. Es ist ganz anders. Der zweite Stopp ist auf der Hindenburgkanzel. Ein toller Aussichtspunkt mitten im Bayerischen Wald, gar nicht mal so weit von der tschechischen Grenze weg. Wir blicken über Wälder, Wälder, Wälder. Einfach herrlich direkt neben der Straße anhalten, rüberlaufen, gucken. Ein Superstopp. Und ansonsten seht ihr jetzt Kurven, 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 Aufgriff im Asphalt. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Bis bald. Ciao, ciao, euer Günther. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.